Kippe erstmal. Kippe. Ihr kleidet euch hier los, Leo. Wir werden heute herzlich willkommen zum Vorspiel vom Wochenrückfig. Wir sitzen heute schon hier und morgen wieder. Das geht alle durch Magie und Zauberei und weil wir nichts alle zu tun haben. Wir werden diesem Mal im Wochenrückfig aufklären darüber, was ist los überhaupt. Erstmal, ey, was ist das Cameraman ist zurück. Daumen und Clemo kann heute wieder Bierchen. Genuss. Fantastisch. Du musst nicht immer so viel reden. Manchmal ein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Maul halten ist Platin. Wir haben natürlich drin, ihr seht hier schon alles vorbereitet. Ich muss mir immer schon vorbereiten einen Tag vorher. Wir mussten heute aber erstmal quatschen mit dem Cameraman, dass wir ihn heute erstmal abbeißen und morgen die Sendung besprechen. Mit meiner ganzen Redaktion. Meine Reduktion. Ich habe reduziert die Redaktion auf Mitarbeiter. Drei Mitarbeiter. Wir sind die Träuker von der Faltigkeit. Drei Falten. Es war eine Menge los. Ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, dass richtig viel los war. Und deswegen solltet ihr einschalten. Morgen bei Pyramans Wochenrückfig auf PyramanTV. Willst du noch was sagen dazu? Hast du noch dieses Quatsch wieder, wa? Man kann doch nicht nur sammeln, Alter. Klingo macht es euch vor. Bis morgen.